Musik So, dann spielen wir jetzt mal hier an So, jetzt ist das Mikro drauf, mein Schatz Ich spiele als Mensch aber erstmal Ja, ja, versucht jetzt mal die Weise Hat aktiviert, beginne Briefing Information Ja! 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 Er muss runter von der Straße. Wo ist denn ein Gefangeneresbieter? Mach die Tür auf! Hach! Wie hart! Nein! Los! Ja! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hat einen Kerl mit übler Kopfwunde und bis am Arm. Also die Spifibola? Miss? Ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Alles gut, Martin. Man kann sich anscheinend entscheiden, ob an die Guten oder die Bösen ist. Ach ja. Aber ich töte doch sowieso alles. Menschen und Zombies. Ja. Die Stadt Haran. Finden Sie Suleiman und fangen Sie das Dokument ab. Aha. Der Dokument beschriebene Ablauf ist noch unvollständig. Eine Implementierung in seiner gegenwärtigen Form toxisch. Jeglicher Versuch ihn anzuwenden würde ihm Verlust unzähliger Leben resultieren. Das Dokument muss geboren werden. Zum Fortfahren der Taste drücken. Okay. Oh Kinder. Etwas zum Essen. Was wenn er ein Zombie ist? Was wenn er ein Zombie ist? Jetzt hat er die Brille nicht mehr auf. Jetzt sieht er ganz komische Sachen aus. Mit W, S, A und D können sie sich bewegen. Die Richtung ändern mit der Maus. Guck mal. Hans 3. Sie sieht aus wie 10.000 BC. Aber das ist Hans 3. Hans 3. Sie befinden sich in einem gesicherten Bereich. Können wir irgendwas machen? Nein. Essen. Das ist ja nur diese Ansicht. Können wir überhaupt irgendwas machen? Außer laut. Ich kann aufs Klo gehen. Oh. Oh. Hier ist ne Tür. Da. Mit F. Oh. Ich hab ne Hand. Ah. Mein Gott. Zum Krill. Unheimlich. Wo bin ich? Im Paradies. Wiehst du doch? Gut. Und jetzt mal werden. Gehen zu Raum 190. Der Postbrieflichter. Was soll das heißen? 31. Ihr fragt ihn was? Der orangenen Kreis auf der Minimärchenskennzeichen. Das Ziel. Okay. 31. Das ist deine Nummer. Ah. Wir heißen 31. Okay. Lass mich auch. Lass mich auch. Komm. Komm. Mit der konntest du auch irgendwie interagieren. Vielleicht hat er einen wertvollen Tipp für dich. Aber bei der Stellung? Du Moni. Oh. Wie komfortabel du es gerade hattest. Du bist in dem Zimmer aufgebracht und der liegt mitten auf dem Gang. Was ist denn das hier? Oh ja. Der Derrick. Der Derrick. Wo ist Raum 190? Oben. Oben. Ja. Wo ist Raum 190? Oben. Ah. Oben. Ja. Wo ist Raum 190? Guck mich nicht so an. Achso. Man kann hier nichts. Oh. Hier ist oben, ne? Ich schätze mal, man muss die Treppen hochgehen, um nach oben zu gelangen. Ja. Da. Headquarter. Ich suche nach dem Boss. Ich suche nach dem Boss. Ja. Ich schätze mal rechts. Ich bin 31. Ich darf reingehen. Na geil. Jeder weiß, wer ich bin. Ich sehe mich selber nicht. Aber ich bin 31. Ich bin 31. Ja. Ich bin jünger geworden, Schatz. Ah. 31. Wo ist denn jeder? Ach da. Öffnen. Vor allem F warum nicht E? Oh. Guck mal. Wir können das Rokitalki wegschmeißen. Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein. Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Brecken und seine Kuriere haben das ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Was ist der Turm? Jagen nach GRE Paketen, Rindern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles was Jade retten konnte war dein Funkgerät. Ja toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Ne Kumpel, da täuscht du dich. Na gut. Hier. Weißt du wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für dein Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Du hast du mir gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey. Das ist unfair. Ich bin nicht faul. Ich... Hey. Boss. Was? Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Ich bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Racken hat ja das Sagen. Rahim. Melden sich beim Boss in den Raum. Das war erwachen. Und jetzt? Soll ich mich nützlich machen? Guckt mal Fernsehen, oder? Geh nicht raus, wenn's dunkel ist. Das ist doch knuffig. Das ist doch echt knuffig. Das ist doch ein süßen Elefantelchen. So. Jetzt brauche ich erstmal eine Waffe oder sowas. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht und was man machen muss. Also soweit ich das weiß... Ich bin nicht faul. Ich habe ja jetzt auch das völlig voreingenommen. Was ich weiß, ist, dass du tagsüber dich ganz normal bewegen kannst und nachts kommen halt dann die Zombies, ne? Mhm. Was schon nicht schlüssig ist, weil... Wo sind die tagsüber? Gerade ist er ja auch tagsüber gesprungen und da waren ja auch Zombies. Ja. Das waren die tagsüber. Also ein Lügendesaster, das Ganze. Ja. Ein Lügenspiel. Ein Gabelstapler. Guck mal, der hat geschielt. Der hat uns angeschielt. Ja. Wir sind doch auch mal. Was ist denn hier los? Oh, der scheint unsichtbar. Bewegen sie sich im dreizehnten Stock. Was ist ein Nerd? Was ist ein Nerd, ja. Gibt es hier wenigstens einen Aufzug? Aufzug. Such die Treppe. Hier ist eine Treppe aber. Aber hier warst du doch gerade schon, oder? Ach nee, da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Doch, ich komm da durch. Oh. Also ich bin schon mal hier oben drauf. Oh, jetzt sind die Treppe. Jetzt habe ich mir glaube ich... Au. Auf die Eier. Hast dich da eingeklemmt. Aber das ist die falsche Taste. Ich schätze mal, dass es noch... Dieser Bereich ist für dich noch gesperrt. Aber ich soll doch da hoch. Ja. Hey ihr Pussis. Ja, dann gibt es vielleicht einen anderen Weg. Da war ich schon. Vielleicht jetzt eine andere Treppe. Ja. Komm, wir suchen mal eine andere Treppe. Oh. Das ist ein Kinderwagen. Ach, wie süß. Kann man die hier fragen, wo es den dreizehnten Stock geht? Nee. Nee, die reden auch nicht mehr mit dir. Das ist eine Leiter. Die geht bestimmt in den dreizehnten Stock. Nee, auch nicht. Oh, da muss mal einer eine Diät machen, oder? Ach, hier liegen überall welche. Ach, guck mal, eine Treppe. Ich glaube, das ist die gleiche Treppe. Ich glaube, das ist aufgebaut. Hier ist eine Treppe. Ja, okay. Da ist eine Treppe, Schatz. Oh, da ist ein Schrank. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Du musst doch irgendwie... Aber die beiden Typen sehen doch auch aus durch Schränke. Die können doch den Schrank nehmen und weg machen. Ja. Jetzt komm, such mal woanders. Oing, oing, oing. Ach, der ein Joint. Wir sind doch schon. Vielleicht müssen wir nach unten. Ach, Schatz, du bist doch im 19. Das hab ich auch... Nach unten. Wir müssen nach unten. Okay, das ist 18. Also, das ist jetzt 18. Oh, oh. Toll. Das funktioniert ja viel besser. Hier waren wir doch auch schon. Ja. Vielleicht musst du... Nach unten. Ja, nach unten. Ich kann ja aus dem Fenster springen. Oder hier, Lüftungs... Guck mal, da ist ein Exit... Hier ist der Aufzug. Hast du das Exit-Teil gesehen, das da so blinkt? Da, Notausgang? Ja. Notausgang. Da gibt's bestimmt irgendwo einen Notausgang. Aber ich hab den Aufzug gefunden. Vielleicht kann man von oben in den Aufzug rein. Such das Notausgang-Schild. Da, ja. Hab ich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja. Hm.